Moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Ist ja der eine oder andere nicht in Gang, dass ein neues Spiel raus ist. Thimbleweed Park von den Machern oder von dem Macher der guten alten Adventures wie zum Beispiel Monkey Island. Großartige Spiele. Durch den Kickstarter ist das Spiel zustande gekommen und ist jetzt endlich draußen. Und ich dachte mir, trotz der Ankündigung, dass ich ein bisschen weniger machen will, ach, scheiß drauf. Darauf habe ich irgendwie richtig Bock, das will ich spielen. Und dann mache ich das jetzt auch. Ich habe noch ein bisschen geguckt, ob das Spiel funktioniert, sonst weiß ich nicht wirklich, was mich erwartet. Ein Trailer gesehen, ja, und hier und da mal irgendwie ein paar Worte gelesen, aber ich habe mir gedacht, nein, 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 nein. Ich will selber rausfinden, wie das Spiel ist. Und ja, das machen wir jetzt auch. Mit dir, euch zusammen. Beginnen wir ein neues Spiel. Am Anfang wird jetzt das erstmal einmal die Woche rauskommen. Eine Folge, immer montags. Falls das aber so guten Anklang findet, dann mache ich das auch öfters. Müsst ihr einfach Bescheid sagen, unten in die Kommentare schreiben oder einen Daumen da lassen und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel, dann weiß ich Bescheid. Ah, die Leute wollen es sehen. Und dann wird dann die Schlagzahl da etwas erhöht in dem Release von dem Video. Ist gut, aber dann starten wir mal gleich in das Spiel hinein. Ach so. Ah. So, jetzt kann man sich hier raussuchen, wenn man den gemütlichen Modus spielen oder den schwierigen Modus. Und das heißt also, steht, falls sie neu bei Adventures sind oder schnell vorwärts kommen wollen, weil das Leben so viel schönere Dinge bietet, inklusive kostenlosen Tutorial, das ist natürlich nicht schlecht. Also hier sind die Rätsel einfacher. Hier geht es ja mehr um das Spiel. Also gut, die Rätsel sind ja auch das Spiel, aber hier geht es mehr um die Story, sage ich mal. Und dann gibt es den schwierigen Modus, was wahrscheinlich eigentlich eher der normale Modus ist. Also falls sie erfahren mit Adventures-Spielen sind und alle Puzzles sehen wollen, weil es nichts Schöneres als Adventures-Spiele gibt im Leben, dann sollte man diesen Modus spielen. So, sobald man den gewählt hat, kann man ihn nicht mehr ändern, ohne dass man das Spiel komplett von vorne anfängt. So, wir können erstmal auch gemütlich durchspielen und dann auf schwierig stellen. So, ich würde auch sagen, also ich bin schon erfahren in den Adventures-Spielen. Wer meinen Kanal ein bisschen länger verfolgt, der weiß ja, dass ich schon das eine oder andere Adventure gespielt habe, da aber gleichzeitig ich zwar erfahren in Adventure bin, aber ein totaler Rätsel-Nude bin, es einfach nicht hinkriege, spielen wir den gemütlichen Modus, dann kommen wir wenigstens durchs Spiel durch, ohne dass ich dann nochmal zwei Folgen lang in einem Rätsel sitze, würde ich sagen. Oh, I love Basic. Ach, das ist ja schön. Schöne Programmiersprache Basic. Schön einfach, konnte man tolle Sachen mitmachen. Ähm, da würdest du ja sagen, gemütlicher Modus, los geht's. Ah, wahnsinniges Tutorial, so geht's los. Nochmal, kann man da draufklicken? Nee. Äh, hier wird nochmal kurz erklärt, äh, für alle, die es nicht kennen, äh, so sah ein Adventure früher aus. Nicht so schön in der Grafik, muss ich sagen. Zwar auch pixelig, aber nicht so schön. Man konnte hier, ähm, hier unten, konnte man immer draufklicken, was man gerade machen will, irgendwas öffnen, nehmen, schauen und sonst irgendwas. Hier hatte man sein Inventar. Äh, bei Monkey Island war das so und auch bei Simon the Sorcerer das so. Und, äh, dann, äh, ja, konnte man schön rumklicken und, äh, Sachen aufheben. Also, das, dieses Kontextsensitive, was es bei den neuen Adventure und sowas alles gibt, nur, dass man gleich irgendwo draufklickt und dann eher nur das macht, was, äh, was dafür vorgesehen ist, das gab's damals nicht. Äh, das kam erst später. Und, genau, äh, Text über den Cursor deutet darauf hin, dass es ein nützlicher Gegenstand ist. Das ist schon mal ganz gut, ne? Also, wenn man hier so abfährt, dann taucht dann irgendwo mal Text auf und dann weiß man, ah, Schlüsselkarte könnte interessant sein. Genau. Und so kann man damit interagieren mit den Gegenständen. Was haben wir dann? Was ich schon erklärt habe, ne? Hier sind diese Verben, also diese Möglichkeiten, was man machen kann. Hier ist das Inventar, wie schon gesagt. So, und dann kann man sagen, ne, nehme Schlüsselkarte und dann nimmt er sie. Und wenn ich einfach nur so drauf drücke, dann passiert da in der Regel gar nichts. Oder, naja, äh, manchmal wird es dann schon von alleine vorgehoben oder so, dass es möglicherweise das ist, was ich damit machen kann. Aber ich kann es auch anschauen. Ich kann es, manchmal kann man es ziehen, anschauen, schließen. Ach, was weiß ich. Alle möglichen Sachen halt. So, ne, hier war es Nütze. Die Schlüsselkarte mit der Tür kann man dann machen. Und so weiter und so fort. Und da rechts oben, da haben wir dann, äh, nochmal unser Menü und, äh, den Charakter, den wir gerade spielen. Weil man spielt hier mit mehreren Charaktern gleichzeitig. Also nicht direkt gleichzeitig, sondern, ne, man kann sie auswählen. Wird also spannend. So, hoffentlich geht es jetzt endlich mal los. Ah, 1987. Okay, das war dreimal lang. Interessant. Eine verschlossene Tor. Das ist Thimbleweed Park. Stadtgrenze. Bevölkerung 81, Höhe 14. Oh, und da ist anscheinend jemand gestorben. Teil 1, das Treffen. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zu Thimbleweed Park. Eisenbahn. Tschu, tschu. Ich fliege halbwegs rund um die Welt und eine wunderschöne Not ist waiting for me in meinem Hotelraum. Es sagt, zu kommen, zu der Brücke, nach dem River. Das sieht aus wie ein Ort. Ich könnte wirklich ein paar Wiener Schnitzel nach dem langen Walken hier rausgehen. Okay, nur als Hinweis, das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, das Spiel, also die Sprachausgabe ist leider nur auf Englisch. Wir haben aber, wie ihr schon gesehen habt, die Texte sind auf Deutsch, das Menü ist alles auf Deutsch. Also, wer darüber hinwegsehen kann, dass das hier auf Englisch ist, dann, oh hier, Tutorial. Ja, dann herzlich willkommen beim Zuschauen und Zuhören. Wenn das nervt, dann kann er gerne abschalten. Da kann ich leider nicht ändern. Irgendwie, dass das halt eben, vielleicht macht da jemand nochmal eine neue Synchronisation. Irgendwie. Kommt vielleicht nochmal, wenn es erfolgreich genug ist. Kann ich mir vorstellen. Und dann werden wir das vielleicht auch nochmal spielen, dann auf Deutsch. Aber jetzt erstmal auf Englisch. Bin einfach so heiß drauf. So, hier sieht man schon, das, was ich gesagt habe, ne? Man kann Öffnen drücken und dann, äh, das Tor öffnen. Ich will das aber erstmal anschauen, das Tor. Okay, also ein Tor zum Bach und weiter. Ah ja, mit Leertaste kann man Pause machen. Oh, und so eine süße Schnecke. Wie schön. Ähm, jetzt kann man hier nochmal gucken, ob man sonst irgendwas findet. Da geht's, geht zu Trestle Trail. Also da geht's wieder hoch, wo wir gerade hergekommen sind. Wir wissen zwar nicht, wo wir hergekommen sind, aber naja. Und hier ist Willy. Kann man mit dem schon reden? So, was haben wir? Kommt das jetzt die ganze Zeit? Boah, ist ja nervig. Okay. Ich soll hier unten jemanden treffen. Haben Sie jemanden gesehen? Oder Sie sind ein Opfer der schlecht ausgebauten amerikanischen Sozialsysteme. Das ist wahrscheinlich auch. Oder er ist in disguise hier, ne? Also, er ist nur ein verdeckter Ermittler, der so tut, als ob er ein Betrunkener ist. Ich muss weiter, leider kann ich Ihnen keinen Drink anbieten. Ja, komm. Ich soll hier jemanden treffen. Habt ihr jemanden gesehen? Hast du keinen Whisky? Ähm, ich glaube nicht, ne? So. Bist du sicher, dass du niemanden nicht gesehen hast? Ich bin glücklich, Chuck ist tot. Was? Das hat mein Leben verbrannt. Was? Chuck ist tot? Was war das? Warte, Sir. Na, großartig. Ich muss gehen. Schau gut. Hm. Jetzt haben wir ihn also eingeschläfert. Na, großartig. Toll. Na gut, okay. Dann öffnen wir jetzt mal das Tor hier. Oh, das geht von alleine wieder zu. Das ist verdächtig. Schauen wir ihn uns an. Nein, ich wollte... Ich muss gehen. Schau gut. Ja, ja, aber ich wollte mir doch... ...betrachten. Warte, Sir. Ich muss gehen. Schau gut. Okay, also ich kann ihn nicht einfach betrachten, aber vielleicht kann ich ihn ziehen. Also das stimmt noch nicht so ganz. Ich muss gehen. So, sleep well. Normalerweise funktioniert das irgendwie. Okay, wir sollen auf uns die Notiz anschauen. Gut. So, Boris. Es freut mich, dass du akzeptierst, dass du diese Lösung... Was? Dass du die Lösung... Normal. Boris. Es erfreut mich, dass du akzeptierst, dass dies die Lösung ist. Ah, okay. Es gibt überall Augen, also folge diesen Anweisungen, genau. Zu deinem Schutz lass dir deine Papiere im Hotelzimmer. Oh, kein Ausweis. Okay. Häkchen. Geh zum Fluss unten an der Trest... Äh, Trest... Nochmal. Geh zum Fluss unten an der Trestle Trail Brücke. Häkchen. Haben wir gemacht. Wie es aussieht. Ähm... Drittens. Schalte als Zeichen das Licht über dem Schild des Trestle Trails aus. Mhm. Da müssen wir schon mal, was wir machen sollen. Und dann... Äh... Viertens. Triff mich beim großen Eingang zu der unterirdischen Kanalisation. Viertens. Stell sicher, dass dir keiner folgt. Oh, oh, oh. Wollen wir uns mal angucken, was wir noch Schönes haben. Es ist meine Wallet. Und es hat 252 amerikanische Dollar in es. Hm. Komm, nehmen wir uns mal. Ich habe es bereits. Dieser Dialekt, ey. Unglaublich. Äh, öffnen. Es ist nicht safe, meine Wallet hier zu öffnen. Hm. Okay. Was haben wir hier? Es ist die Keycard für meine Wohnung. Sehr schön. Und der Betrachter Prototyp Kissenbär. Es ist ein Pillow-Bär-Prototyp. Turn the Bär inside out und du kriegst ein Pillow. Sehr top secret. Cool. Ich hätte besser nicht, dass es inside out jetzt. Warum denn? Also bleibt das Kissen immer sauber, oder? Würde ich mal sagen. So, uns sagt das Spiel, wir sollen nach rechts gehen. Und da ist die Lampe. So, schauen wir uns erst mal das Schild an. 2,7 Kilometer, weil, ne? Wir sind ja hier immer in Europa. Äh, den wir die Lampe angucken. Die Licht ist aufgerüstet und ich sehe nicht einen Lichtschwitz. Ja, aber... Ach, da ist ein Stein. Ich dachte, ich kann jetzt einfach die Lampe nehmen. Schade. Okay, dann nehme halt den Stein. Ich bin mir nicht sicher. So, haben wir noch irgendwas hier? Sieht nicht so aus. Dann können wir jetzt mal hier, äh... Wo ist ein Benutzer? Da. Früher war das Benutzer, genau. Nicht ein Nutzer, sondern ein Benutzer. Aber wahrscheinlich hat es sich hingepasst. Stein mit Lampe. So. Klar. Großartig. Ich habe Schritt 3 auf der Noten. Jetzt für Schritt 4. Äh, schau. Da, Häkchen. Und jetzt zum Eingang zur großen unterirdischen Kanalisation. Aber wo ist das? Wo ist der Eingang? Ist der hier nochmal? Gibt's da lang? Ne. Ich glaube, da müssen wir wieder nach oben. Ja, weil du das Tor aufmachst. Bleib hier, bis ich meine Mission finne. Achso. Hm, okay. Jetzt vielleicht. Okay, der schläft immer noch. Aber vielleicht kann ich den Stein auf ihn werfen. Ja, aber ich meine... Warte mal. Hier, den... Ich bin nicht so leid. Nur brauche ich einen Huck von einem Bär. Ja, aber ich dachte, du könntest das mit dem... Und dann schläft er besser. Ja, gut. Also muss hier noch irgendwo... Ach, hier geht's noch weiter. Alter. Oh. Hallo? Ah. Ja. Also ein bisschen gruselig. Ist ja irgendwas. Da. Okay. Oh. Was war das? Das war doch ein Geist. Was war das? Das war doch ein Geist. Niemand von uns war vorbereitet auf das, was diese Nacht offenbarte. Oder wie sehr sie uns alle verändern würde. Teil 2. Die Leiche. Oh, ja. Mm-hmm. Allo? So tell me again why you're here I was assigned to the case by the home office in Albuquerque There is no home office in Albuquerque It's neat to know Look, I like working a case alone I especially don't need some junior agent messing up my investigation Especially some junior agent that thinks I don't know there isn't a home office in Albuquerque So stay out of my way Take a lot of notes Sit back and learn And I'll wrap up this case and we can both get the hell out of here Your reputation certainly precedes you, Agent Ray I'll take that as a compliment, Agent Ray is It's how it was intended I'm sure it was Let's photograph the victim And head into town to talk to the local sheriff The body is starting to pixelate Body starting to pixelate This is going to be a long night Yup, das ist wohl wahr Als erstes dachte ich also Fox and Mulder so ein bisschen, ne? Okay, wir haben... Ah, jetzt haben wir hier zwei Leute Einmal haben wir hier... I need to stay focused and solve this murder so I can do what I need to do Den Agent Ray is... Detective Antonio Ray is junior agent It's definitely my badge Ja, und wir haben... Können wir mal anschauen Geht anscheinend nicht Dann schauen wir mal ihre Marke an Detective Angela Ray Senior Agent It's my badge Also, Agent Ray Und Agent Junior Agent Ray is... Ich denke, wir haben hier ein Bild von diesem Körper bevor es noch weiter pixelate Das finde ich schon sehr lustig Äh... Aber da stimmt doch was nicht, ne? Habt ihr ja gehört Wenn er aus Alperkirky kommt Wo es eigentlich gar keinen Gar keinen, äh... Gar keine Abteilung gibt Das ist schon verdächtig So, Polaroid-Film Äh... Jetzt müssen wir jetzt mal gucken Er hat die Kamera Wahrscheinlich, äh... It's an instant camera But there's no film in it Ja, das ist sehr interessant Also, das erste Rätsel Ja, ist ja gut Schau erst mal die Leiche an Hier Hm, hm Ich hatte doch auch eine Karte Possibly eine Karte von einem Hotel Ich denke, wir würden besser eine Foto von diesem Körper bevor es noch weiter pixelate Ja, ja, ist ja gut Aber trotzdem wollen wir uns erst mal die Sachen angucken So, okay Notizen Ist jetzt nur ihre Notizen oder unsere Notizen? Das werden wir gleich rausfinden Leiche ist männlich etwas wird äh... 40 Jahre alt Sieht aus, als sei 24 Wasser gewesen Hat sie gesagt Nichts in seinen Taschen außer einer Schlüsselkarte für ein Hotel Ja, aber wir wissen weil wir ihn ja gespielt haben Da war definitiv eine Brieftasche mit 252 Dollar drin Ich glaube, ja Da scheint ein kleines Loch im Hinterkopf zu sein Unbekannter Herkunft Oh, oh, oh Das gucken wir uns noch an Hoff ich Das Loch sieht nicht wie eine Schusswunde aus Stammt eher von einem spitzen Gegenstand Das sah auch so aus als ob uns jemand einfach so zack über den Kopf also ihn über den Kopf geschlagen hat Sein Anzug wirkt maßgeschneidert möglicherweise europäisches Design Klang sehr deutsch So, was haben wir hier Späten Nachmittag angekommen Ah, ist okay Das waren wir davor Was für ein Kudorf Ich versuche Kontakt zu den Einwohnern zu vermeiden bis ich die Leiche sehe und weiß ob sie mir nutzt Okay, wofür Lange Highway hoffentlich muss ich den nicht nochmal laufen Okay War der Leiche angekommen Das reicht als Tarnung Was? Die reicht als Tarnung? Achso, die Leiche Okay Okay, was hat die vor? Ich höre rasch im Gebüsch Da kommt jemand Na toll Noch ein anderer Agent taucht auf Das Revier hätte doch nichts wissen sollen Ich werde ihn los Okay Also hier ist definitiv was im Busch Definitiv Und das ist nur ihr Notizbuch Das ist schon mal ganz gut Mobiltelefon Da blinkt es auch Aber ich wollte eigentlich den Polaroid-Film ihm geben Oh, ich liebe Sachen Ja Oh Gott So Ja, aber nutze es doch Na, wer hätte es gedacht Mitten in der Pampa kein Empfang So, dann gehen wir nochmal rüber Siehste Hat er auch was aufgeschrieben Gehen wir erst mal anfangen Die Leiche fängt an zu ver... Ah, hier Hier ist der Anfang Kam per Bus aus Äh, Apperkirky in Thimblebee Park an Wandere raus um die Leiche anzusehen Woher weiß er davon? Das ist die perfekte Tarnung Wofür? Laufe immer noch auf dem Highbeat Ziemlich weiter Weg aus der Stadt Ja, das wissen wir schon An der Leiche angekommen Hier ist ein Agent namens Ray Seltsam Niemand sollte den Fall bekommen haben Ich habe schon Gerüchte über sie gehört Sie könnte Probleme bereiten Vergiss nicht Heute Nacht Mom anzurufen Die Leiche fängt an zu verpichseln Ray geht mir langsam auf die Nerven Hoffentlich konzentriert sie sich auf den Fall und lässt mich in Ruhe Das ist verdächtig Leiche ist männlich etwas verpichelt Äh, 40 Jahre Nichts In den Taschen Schlüssel haben wir schon Scheint Loch im Hinterkopf haben wir sein Anzug Okay, das ist genau das Gleiche Aber auf jeden Fall brauchen sie die Leiche um irgendwas anderes rauszufinden Den geht es nicht um Den geht es gar nicht um den Fall Okay, dann hier reinmachen Und jetzt Nutze Polaroid Kamera mit Leiche So Smile Klick Ah, schön Hm Ich schaue mir nochmal das Bild an Oh Was nochmal Was denn Ich finde auch Sieht sehr schön aus Noch verpichselter Wunderschön Können wir noch ein Bild machen Hm, es ist kein Film in der Kamera Nur ein Bild war da drin Boah Hat die noch einen? Nee Okay Haben wir noch irgendwas? Können wir da rüber gehen? Komm, wir können auch bestimmt da rüber gehen Na los Ja, ja Mach mal Ich guck mal hier ob ich hier den Ort des Verbrechens finde Hm, hm, hm Ja Baumstumpf Schauen wir uns mal an Ja, so sieht's nämlich aus Das ist wunderschön Better take a deep breath Ach, lass uns doch mal Ruhe Ach, lass uns doch mal Ruhe Ach, lass uns doch mal Ruhe Oh, komm Ende des Weges Ist da irgendwas? Der Weg endet hier an dieser großen Ruckwall Hm Okay, sonst ist hier leider nichts zu sehen Was hat er denn geschrieben? Ich dachte, er hätte was Okay, ich dachte, er hätte was geschehen Weil das hier wackelt Dachte ich irgendwie Oh ja, nur ein blöder Hinweis Na gut Dann gehen wir mal ein bisschen schneller Ah So Oh, 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 oh Die hätte ich ja beinahe übersehen Die Flasche Es ist eine empty Whisky-Bottle Okay Nehme Whisky-Flasche So Interessant Aber gut, dass ich das noch gerade so gesehen habe Aus dem Augenwinkel, ne? Dressel Trail Habe ich hier nochmal angeguckt hier Es scheint, dass es ein kleines Hohle in der Rückseite Der Hinweis ist nicht bekannt Der Hohle in der Beine sieht nicht aus wie eine Schussschuss Viel mehr aus wie eine Pünktur von einem scharmen Objekt Was ist wunderschön Weil die ökende Titelsequenz sicherlich ein Schussschuss mit einem komponierenden Soundeffekt Was? Nein Wirklich? Das habe ich auch anders gesehen Guck mal, was sie dazu sagt Diese Schuss sieht aus Er schreibt alles auf Sehr witzig Äh Ja gut, aber das haben wir ja schon Sehr witzig Gute Aber wenn die Whisky-Flasche Ist der noch da? Ne Ist abgehauen Okay, hat der was damit zu tun? Hat der noch was damit zu tun? Okay Das Tor öffnen Jetzt sagen ab nach oben Interessant Oh, okay Noch mehr Was? Rechtsklick um das hervorgehobene Werbzimmer Ah, okay Also wenn hier was hervorgehoben wird Dann kann man mit Rechtsklick das gleich ausführen Das war die Hilfe Wovon ich mal gesagt habe Doppelklick Das habe ich schon gemacht Dann ist man schneller Und Den linken Knopf gedrückt halten Dann Folgt er dann einfach meinem Mauszeiger So hier Halt ich jetzt gedrückt Läuft es einfach hinterher Ich würde sagen Ja Sehr spannend Auf jeden Fall Geht es damit weiter Und ich hoffe euch hat das auch gefallen Und ich finde es genauso spannend Was es mit dieser Tonverstoße auf sich hat Man weiß es nicht Es könnte alles darin sein Und vielleicht das Herz Des Toten Das Pixelherz Oder auch sein Ehering Wenn er einen hatte Unendliche Möglichkeiten Und Spannung hier Und ja Das alles sehen wir das nächste Mal Wenn es wieder heißt Let's play Thimbleweed Park Mein Name ist Floma Bis denn Danke fürs Zuschauen Tschüss